Willkommen zu diesem Video, heute Sandwich Challenge mit Ole! Was geht? Ey, wer von euch kennt die Traps jetzt mal gerne in die Kommentare? LINE nicht dabei gewesen, heute wieder mit dabei. Was macht ihr? Moin, wir spielen hier... Vlogger, äh ne, das war das andere Spiel. Und heute haben wir wieder Ole mit dabei. Hallo! Na Ole? Hallo, hier ist TipDubTube und heute haben wir Ole mit dabei. Jetzt haben wir es verstanden. Der Erste hat gewonnen. Gegen Ole! Genau, Ole! Hier ist ein Gegner. Hallo und herzlich willkommen hier bei TipDubTube zu diesem neuen Video. Heute haben wir hier einmal Ole mit dabei. Mit Special Guest heute, Ole ist mal mit dabei. Scheiße! Herzlich willkommen bei TipDubTube zu diesem neuen Video. Heute mit Gast Ole ist dabei. Moin. Schaut gerne mal bei ihm vorbei. Da findet ihr auch neue Shorts und Videos. Ole oder so. Wir machen eine Sandwich-Channel. Habt ihr beide Bock drauf? Natürlich. Also wir haben hier vorne, Lose. Zieh mal los. Zieh mal los, genau. Uh, Hähnchen-Aufschnitt. Hähnchen-Aufschnitt. Das ist stark. Schon mal Hähnchen-Aufschnitt für dich. Ist es vegan? Ja, ist es nicht echt. Das ist super lecker, habe ich mir auch letztens gekauft. Ich würde sagen, eigentlich schmeckt das gut. Apfel. Ein Apfel-Esch. Ja, dann. Uh! Uh! Ketchup. Ketchup schon mal. Alter, Soße. Ich teste nicht mehr. Also Ketchup ist halt nicht meine erste Wahl, aber egal. Du machst hier gerade einen Kuchen mit Apfel. Apfel und Toast. Du brauchst nur noch Nutella. Wie soll ich das essen? Also, ich bin super gespannt, wie das gleich alles schmecken wird. Sagen wir ehrlich. Nächstes los. Also, Oles zweite Zutat für sein Sandwich. Bin gespannt. Ich teste unser Mittagessen heute und ich hoffe... Mika. Oh nein! Oh nein! Oh, das hätte ich gebrauchen können. Ja, stimmt. Das hätte gut geschmeckt. Mit Apfel. Stimmt. Kann ich ein Stück so haben? Dann mach auf. Und dieses Hut. Ey, nein, nein, nein. Das zählt doch nicht. Das zählt doch nicht. Bist du... Möchtest du ein Stück? Auch. Ne, das ist gut. Sehr lecker. Oles erinnerte sich... Ja, ne? Oles erinnerte sich vorhin an die Döner-Tallenge gemacht haben, ne? Also, so wie Döner. Jetzt kann ich ja gar nicht so beklagen. Okay. Bist du erst noch harmlos, ne? Wollte ich ja sagen, es hätte schon mal sein. Noch geht's, ne? Esch? Haribu. 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 Wassermelone. Du hast aber auch direkt das Größte, was du gefunden hast, oder? Ich merke nicht mal so... Echt nicht? Das sieht so falsch aus. Okay. Komm schon, das wird bestimmt sehr lecker. Das sieht aus, wie man einen Achtjährigen fragt. Also, du darfst jetzt selbst... Ja, genau. Wenn du jetzt da noch die Schokolade draufkriegst... Ja, genau. Ich will was sagen. Zum Spaß macht dir dein Essen. Du hast ja bis jetzt nur Ketchup. Was? Was? Ach so, ja okay, das passt nicht so ganz. Was sind denn da für Sachen in dieser Box drinne? Diese Kekse, darfst du draufhaken. Ketchup. Ja. Eins. Vielleicht kannst du dich zerkleinern oder so? Also, ich würde die sehr bröseln vielleicht. Ja. Oh ne. Das geht doch gar nicht so gut. Ups. Nein, da. Ich würde die tatsächlich. Ja, oder so? Vier. Lass dir einfach so. Jeder hat übrigens vier Zutaten. Jetzt ist vier Zutaten. Ich bin sehr sehr gespannt. Eis. So komm, schau mal, da hast du mit Schokolade. Was für Eis? Was hast du denn für Sachen rausgesucht? Du hast ein geiles Eis. Twix-Eis. Perfekt. Ich muss ja ehrlich sagen. Mit Hähnchen. Wie viel Eis willst du draufhaben? Zwei? Drei? Ich glaube eins reicht. Eins reicht, glaube ich auch. So, erst du bist dran. Erst du müsstest jetzt was Süßes ziehen wieder. Also, aber es ist nicht mehr da, was süß ist. Ich fache sein. Doritos. Und zwar Nacho Cheese. Oh, die sind lecker. Ja, das stimmt. Also ich bin Doritos und Süßes. Ja, das stimmt. Ja, na. Ja. Alle Nachos. Mhhh. Das ist so geil. Bis auf die Wurst. Bis auf die Wurst. Aber darum habe ich ja nur wenig Wurst drauf gemacht. Ja, genau. Siehst du? Das ist smart. So, Eis. Das sieht auch sehr lecker aus, tatsächlich. So, okay. Dann mal los. Ich schrie alle Sauce nach. Echt? Burgersauce. Oh, okay. Was ist denn mit der Burgersauce? Was sagst du? Geht fit. Ja, Eis. Max. Super lecker. Auf der linke Seite auch noch ein bisschen zu viel. Für deinen Top 10 von 10, 5 Sterne Koch. Oh, du war Fisch zu lernen. Echt? Fisch? Oh nein. Oli, du konntest dich nicht daran erinnern beim Döner, ne? Döner-Channel war auch mit Fisch. Das hast du gerade eben gesagt. Wir hatten diesen richtig schlimmen Fisch noch haben. Oh, nee. Oh, oh! Oli, kennst du das? Diesen ekligen... Diesen schwedischen... So, würde ich sogar sagen... Ja, das ist perfekt. Der Fisch macht alles kaputt, ne? Oh. Schön mit Öl. Aber eigentlich schmeckt er gut, so. Wir sprotten halt. So ein Propor. Es sieht so falsch aus. Es sieht so... Es sieht so... Unglaublich falsch aus. Das passt. Es hätte vielleicht noch geschmeckt, aber jetzt... Aber dann noch mal alles kaputt. Das hat mir halt gepasst. So, da hat die Wurst mir untergegangen. Hast du mehr eklige Sachen, als leckere Sachen? Nein, das stimmt nicht. Im Grunde sind es alles leckere Sachen für sich. Ja, aber trotzdem. Nur die Mischung macht es halt, ne? Wir haben alle drei eine echt miese Mischung. Ja, das stimmt. Salami. Ja, es ist fast perfekt. Aber was du merkst? Käse. Ja, Käse. Und eine Zutat habe ich vergessen aufzuschreiben. Welche? Käse für dich. Wow, wow, wow. Achso. Ja, du hast Käse gezogen. Aber ich hatte jetzt eine Zutat halt nicht. Schere, Stein, Papier. Ich kann keine Dings von vor. Schere, Stein, Papier. Du bist raus? Ja. Schere, Stein, Papier. Du bist raus. Oh nein. Max, du bekommst das? Am Ende ist es schlimm. Eine Biberoni. Alter, ich hatte gestern ein Video aufgenommen. Echt? Ich habe gestern ein Video aufgenommen. Ja. Wo ich einen Löffel Chiliöl essen muss. Oh Gott. Aber Chiliöl geht nicht. Mein Arsch hat heute Morgen gebrannt. Und jetzt kriege ich noch einen Chili. Jetzt bekommst du einen Chili. Ja. Mein Magen macht das nicht mehr mit. Oh mein Gott. Ja. Ja, vielleicht fällt es nicht so auf, weil Toast ja da ist. Fällt nicht so auf. Du bist es ja halt... Schärfen fällt sich auf. Es ist an meinen Fingern scharf. Die Körner sind scharf, ne? Das fängt jetzt langsam an. Also nicht scharf. Dann habe ich die ganze Chili aufessen. Ja. Und das ist gar nicht scharf. Das schmeckt die Paprika. Genau. Also es schmeckt erst mit Paprikas, brennt mich. Ah, okay. Und das sind nur die Kerne dann? Die so scharf sind. Das Einzige Scharf ist... Die Kerne sind das Schärfste. Klappe zu. Ja, genau. Deins ist ja nicht mal mit Soße. Stark. So, Oles sieht auch so toastlos aus. Braun. Oles Sandwich, das sieht sogar von außen super lecker aus. Das hier ist von... Das riecht so gut. Es riecht so gut. Es riecht so gut. Ja, ich finde auch. Jetzt kommt meinst. Dann kommt es ganz kurz rein. Ja. Warten wir nochmal kurz. Aber von außen 10 von 10. Ich finde auch. Ich schneide meinst du richtig gut. Mach mal. Hier läuft es auf jeden Fall raus. Oh ja. Oh, ne, du brauchst eine Mitarbeiter. Oh, ne. Hala. Warum ist Salami so hart? Oh, dein Fruchtgummi. Oh, das ist Fruchtgummi. Und? Das riecht irgendwie... Das riecht irgendwie... Das riecht wie schon mal gegessen. Echt? Das Fruchtgummi passt gar nicht da rein. Nee, das ist... Aber ich finde irgendwie, das riecht sehr fischig. Obwohl ich den Fruchtgummi eigentlich... Ja. Das ist die Salami. Das ist eine Gabel. Fischsalami. Ah, du hast die Gabel genommen von Ole. Deswegen. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Oh, das ist was für eine Minute Fruchtgummi. Ist gar nicht geschmolzen. Doch, okay. Ein bisschen. Hast du ja informiert? Ja, die Fischgabel war es, die gestunken hat. Also ich bin gespannt. Es sieht, also beim Belegen sah es schlimmer aus, als es jetzt gerade aussieht. Und? Was hast du jetzt gerade im Mund außer Salami, Brot? Fruchtgummi. Fruchtgummi nur. Guck mal, hast du den Nachtisch direkt mit zum Mittagessen? Ja, genau. Sag mal, bewerte mal direkt 1 bis 10. Würde man es nochmal so belegen? Auf keinen Fall. Also man beißt drauf... Ich rieche den Teller. Ja. Bis deinem Mittag. Man beißt drauf. Aha. Erstmal Salzi von der Salami. Auf einmal kommt so eine süße Flüssigkeit. Dann auf einmal kommt irgendwoher... Was war noch drauf? Irgendwas knuspriges auf einmal. Ja, genau. Schönen Sackschuss. Ja. Ja, gut. Wer jetzt muss schon aufgegessen werden, ne? Wer jetzt nicht aufgessen ist, der muss nochmals essen. Super. All in. Uff. 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 Also ich habe, glaube ich, noch keinen Fisch gehabt. Achso. Ja, okay. Bin ich abholen? Ne. Oh mein Gott. Du füllst ihn ja alles, ne? Ja, ich habe gar keinen Fisch. Oha. Das habe ich ganz recht. Ja, okay. Aber es riecht eigentlich... Ja, okay. Probier das. Ja, siehst du? Ja, siehst du? Ja, siehst du? Ja, wenn ich da jetzt reinbeißse, ich kriege direkt so einen Fisch. Ich habe den Fisch relativ mittig gelesen. Achso. Ja, okay. Sonst probier man. Ja, das geht wirklich fit. Okay, Max. Zeig mal. Was ist das? Kekse. Ja, stimmt. Die Kekse. Ist zu heiß, ne? Vielleicht hast du bestimmt noch Chili da drin. Oh. Achja. Stimmt, ihr habt ja was vergessen. Da war ja was. Uff. Uff. Warte, wo ist denn die Chili? Der erste bist du schon sehr fervorrend gewesen. Ja? Nicht so lecker? Weil ich es mal so hier suche. Ja. Ich habe so ein bisschen süß. Ohne. Käse. Keine gute Idee jetzt, ne? Fisch. Ne. Fisch nicht so gut. Ne. Ja. Ja. Und? Hier muss ich jetzt reinbeißen. Hier. Einmal richtig groß, einmal durch. Ja, erst du auch mal in dein Sandwich. Ich habe schon mit. Ja. Aber davon würde ich auch was probieren. Ja, ja. Mach mal. Probier. Ja. Probier. Also mit diesen Doritos, das schmeckt bestimmt gut da irgendwo was. Das war's. Oh. Oh. Es ist richtig bitterlich. Das ist so billonisch. Das ist so eklig. Das essen für Schwangere. Ja, ne? Gurke und Nutella. Oder saure Gurken. Es ist hart. Es ist hart. Ich habe Dauer Gänsehaut. Das ist echt hart. Es ist... Oh. Nicht so lecker, ne? Soße, Nutella und Chili. Ja. Und die Kekse nicht zu vergessen, ne? Aber... Die... Nutella bis jetzt. Ja. Mhm. Die Pasta mit der Soße sind lecker. Ah ja, okay. Okay. Aber sobald Keks oder Chili da ist, ist es vorbei. Ja, okay. Quasi kann man wirklich... Also ich... Wollen wir Punkte geben? Dann los. Schnell. Achso, beierst 0. 0 ist kompletter Mülltonne. Und 10 ist echt richtig geil. Was sagst du, Ole? Beim ersten Bissen? Beim ersten Bissen würde ich sogar sagen, es war eine 8. Mhm. Es war halt schokoladig. Mhm. Und Brot. So ist der Zweite, aber nicht falsch machen. Aber sobald der Fisch dazu kam, und den Fisch, das ist jetzt so nicht mein Geschmack, würde ich eine 4 bis 5 geben. Ja, siehst du. Also sogar 3, ja, 3 bis 4 eher. Aber kann man... Also ohne den Fisch kann man das ja wirklich essen. Ja, siehst du. Es schmeckt eine Null. Es schmeckt zauwiderlich. Also es passt gar nicht. Nicht eine Sache passt das dann, wo ich sagen würde, am Anfang schmeckt das gut. Ne, okay. So. Max? Chili, warte. Achso. Also... Brauchst Milch? Also alles, wo kein Nutella und kein Chili ist. Mhm. Ich gebe für das Video 9 von 10. Ah ja, okay. Für die Verhältnisse so, ne? Für das Video? Ja, also... Die Auswahlmöglichkeiten, ne? Achso. Ja, ja, okay. Ich kriege 9 von 10. Würde ich genau so komplett aufessen. Mhm. Mit Chili und Nutella... 4 von 10. Mhm. Darf ich mal ein Stück mit Chili und Nutella? Ja, probieren wir mal. Ich will eben... Es gibt doch auch scharfe Schokolade, Leute. Absolut. Schokolade mit Chili. Und die schmeckt eigentlich ganz gut. Das ist jetzt nochmal im Vergleich zu so einem Stück einfach ganz normal. Ja, da ist sie eigentlich richtig gut fit. Mit Käse, Soße, ist lecker. Ja, 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 ja. Aber Nutella ist... Hm? Aber Chili. Ich bin jetzt hier für die Nutella gespannt. Ach, Nutella. Ich finde das sogar mit der Chili passend. Aber jetzt bin ich auf die Nutella-Part gespannt. Also sonst geht's dir gut, oder? Ja. Dann geschmackst du ja auch nochmal? Ja. Okay. Das ganze Ding... Ist lecker, siehste. Ist das auf? Ach so. Ist das auf? Nein. Also die Nutella passt da wirklich am wenigsten auf. Und sonst würde ich... Ja, genau. Sonst passt das noch. Okay. Ich mag ein scharfes Essen durch die Chili. Ah ja, siehste. Dann iss ruhig auf. Ja, genau. Bist du gut verpflegt damit. Wir werden das wieder an der Stelle. Mhm. Ich würde sagen, Ash ist am miesesten davon gekommen. Ja. Mit Ole. Ja. Mit Fisch jedenfalls. Ja. Ich würde sogar behaupten, dass mein Sandwich am besten war. Mhm. Ja? Sagt ihr auch? Ja. Da habe ich noch ein bisschen Glück gehabt mit den Soßen. Ich glaube die Soßen und der Käse waren das Wichtigste. Ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ist ein Thampo einfach... Ach so, ja okay. Ich habe euch jetzt ganz scharf. Mach genau so. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Ole ist cool. Ja, das ist gut. Ja, ist cool. Kannst du noch schnell mit dem Finger... So mies. Ja.